Hey, ich bin Simio und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich am meisten beantworten muss in meinem Stream. Das ist nicht die Singed Ultimate, die Frage ist dann Nummer 2. Es geht um, wie kann ich automatisch irgendwo hinlaufen? Ihr seht, Hände sind frei und der Held läuft automatisch. Wie geht das? Simio, kannst du mir das bitte erklären? Und das geht ganz einfach. Ihr geht hier auf das Zahnrad, ihr geht auf eure Einstellung und dann geht ihr auf den zweiten Punkt. Danach scrollt ihr komplett nach unten, geht runter, buh buh buh. Und dann seht ihr hier, automatische Wegfindung der Minikarte. Das aktiviert ihr und dann seht ihr, steht das auch dabei. Ihr müsst dann einfach nur auf der Minimap einmal drücken und dann läuft ihr da hin. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr tippt auf die Minimap, wo wollt ihr hin? Und dann läuft ihr automatisch da hin. Ist sehr, sehr schön, wenn ihr zum Beispiel recallt. Ihr wollt recallen, geht mal kurz in die Base und dann wollt ihr natürlich auch wieder auf eure Lane kommen. Ihr geht jetzt kurz einkaufen, wo ihr hier keinen Zauberstab holen. Und jetzt wollt ihr auf eurer Lane und ihr drückt einfach hoch und er läuft automatisch hoch. Und in der Zeit könnt ihr ein bisschen chillen. Ihr könnt eure Hände einfach mal kurz entspannen. Ihr könnt das Scoreboard öffnen, könnt schauen, okay, was geht hier denn ab. Euer Dude ist einfach im Autopilot. Ja, sehr, sehr schön. Ich hoffe, die Frage konnte es euch endlich mal beantworten. So, dann bereich mir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.